Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Memoir. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung und zu einem weiteren Video. Weil das Spiel Memoir ursprünglich in so einer Mitbringbox, in so einer kleinen handlichen Box erschienen, haben wir euch schon vorgestellt. Ich glaube 2017 war es eines der ersten Videos. Und das Spiel erschienen bei Edition Spielwiese, Pegasus-Spiele, ist ja sehr erfolgreich. Nach wie vor jetzt auch nach 5, 6 Jahren immer noch erfolgreich. War damals 2018 auch auf der Empfehlungsliste Spiel des Jahres. Autor ist der Carlo Bartolini und das Spiel ist jetzt in einer Reiseversion erschienen. Natürlich auch für den Strand, auch von den Karten her. Das heißt, wasserabweisend, ideal für unterwegs, so ein kleines Netz. Und ihr seht hier schon die Karten. Ich sage gleich was noch zu den Elementen, zu den Karten und natürlich auch ein bisschen zu den Abläufen. Weil der eine oder andere hat vielleicht das Video vor 5, 6 Jahren gar nicht gesehen. Und es ist nach wie vor aus meiner Sicht ein lohnenswertes Spiel. Und ich möchte ja die Gelegenheit nutzen, gerade jetzt durch die Reiseversion, euch nochmal ganz kurz erklären, um was es geht in diesem Spiel. Ob es sich lohnt, habt ihr schon erfahren. Dennoch gibt es natürlich noch ein kleines Fazit. Ja, die Anleitung ist kurz und kompakt gehalten. Zu der komme ich je nachdem im Fazit nochmal. Es ist ein Spiel für 2 bis 4 Personen. Ich glaube, es war ganz in den Anfängen ab 8 Jahren mal ausgeschrieben. Und dann hat man gemerkt, dieses Familienspiel ist schon was Besonderes. Ist aber gar nicht so schwer. Und dann hat man meines Wissens auch das Alter ein bisschen abgesenkt. Weil offiziell ist es damals, beziehungsweise heute ab 6 Jahre, ist es durchaus für die Zielgruppe der Familie. Und bevor ich das auslege und vorbereite, muss ich natürlich ein bisschen was sagen zu diesen Karten. Weil hier haben wir natürlich die Vulkankarten, die Karten für die Punkte und natürlich nochmal Übersichtskarten. Je nachdem, wenn ihr eine kleine Variante dann nutzen wollt. Das Spielprinzip ist recht einfach bei diesem Memo-Spiel. Aber Memo-Spiel mit einem besonderen Kniff. Und das ist schon seit vielen Jahren sehr beliebt. Und das sind die Tierkarten. Die Tierkarten und die Landschaften. Weil bevor ich die auslege, möchte ich euch natürlich noch ein bisschen was zeigen. Weil hier seht ihr die unterschiedlichen Tiere und die unterschiedlichen Landschaften. Und bei diesem Spiel geht es immer darum, dass ihr eine Auslage habt, das werde ich auch gleich vorbereiten, wo ihr eine Karte aufdeckt und dann eine weitere natürlich als zweites auch aufdeckt. Aber bei dieser zweiten Karte muss entweder die Landschaft, also die Hintergrundlandschaft, beziehungsweise oder das Tier übereinstimmen. Das heißt, man muss sich schon zwei Konstellationen merken. Die Hintergründe von den Landschaften, beziehungsweise von den Tieren. Das ist was Besonderes und ich glaube, ich baue es kurz auf und zeige euch dann nochmal ein bisschen genauer die Abläufe. So, und hier seht ihr jetzt auch den Aufbau. Alle Karten habe ich jetzt hier platziert und jetzt nehmt ihr einfach die mittlere Karte. Die nehmt ihr raus. Unbesehen kommt die aus dem Spiel und dann kommen noch die Schätze hinzu. Bei den Schätzen gibt es natürlich unterschiedliche Edelsteine. Man will natürlich an die Karten kommen, wo viele Edelsteine drauf abgebildet sind. Aber das ist natürlich auch ein bisschen Zufall. Die mischt ihr und die bilden dann einen Stapel, den man jetzt hier in die Mitte legt. Fehlen noch die Vulkankarten. Nehmen wir an, wir spielen zu viert. Dann benötigt man natürlich alle drei Vulkankarten. Wenn man also einen Fehler macht, dann bekommt man so eine Vulkankarte. Und eine Person bleibt übrig bei vier Personen. Die bekommen dann keine Vulkankarte, sondern den obersten Schatz. Deswegen werden die Vulkane hier einfach oben drauf platziert. So, jetzt kannst du ja eigentlich beginnen. Ja, aber es gibt noch einen kleinen Vorteil. Ihr dürft nämlich jetzt unter drei Karten schauen. Und zwar, wenn man hier sitzt, an dieser Position, schaut man sich diese drei Karten an. Sitzt man hier drüben, schaut man sich diese drei an, beziehungsweise hier diese. Und ich schaue mir hier diese Karten an. Aber ohne natürlich jetzt hier irgendwie die Reihenfolge zu verändern. Das heißt, ich kann es euch mal zeigen. Ich schaue mir jetzt diese an. Das heißt, ich habe jetzt hier den Hintergrund. Ich muss mir das Tier und am besten noch den Hintergrund merken. Oh je. Okay, das ist zumindest das gleiche Tier. Das kriegt der Jörg auf jeden Fall hin. Und hier natürlich auch nochmal. So, und das hat jetzt jeder gemacht. Eine Person beginnt und dann deckt man einfach in eine Karte mal auf. Ja, wenn ich jetzt dran wäre, ich darf weiter machen. Ja gut, ich habe jetzt noch keinen Fehler gemacht. Die erste Karte, die kann man immer aufdecken. So, und jetzt ist natürlich das Besondere im ersten Zug. Natürlich darf man jetzt nicht seine eigenen Karten verwenden. Aber ich schaue hier gerne auch bei den Mitspielern ein bisschen drunter, was die haben. Für mich ist es wichtig, wenn ich eine Karte aufdecke, dann muss es entweder den gleichen Hintergrund haben oder das gleiche Tier. Ich habe zufällig gemischt. Rein Zufall jetzt überlassen. Nehmen wir jetzt einfach mal hier diese Karte, die daneben. So, und das war schon ein Fehler. Na toll, Jörg. Damit bist du gleich raus. Hast du super gemacht. Hätte ich jetzt hier den gleichen Hintergrund, beziehungsweise das gleiche Tier, dann bin ich nicht nochmal an der Reihe. Ich habe Glück gehabt, aber die nächste Person ist drei und muss dann eine weitere Karte aufdecken. Also, man muss dann immer praktisch eine Kombination bilden. Ich bin aber raus und bekomme dann diese Vulkankarte, die oberste Karte. Ein dunkler Vulkan. Das heißt, ich beginne auf jeden Fall in der nächsten Runde. Aber die anderen sind weiterhin am Zug und spielen weiter. Und wenn man wieder einen Fehler macht, dann bekommt derjenige auch einen Vulkan. Und dann sind je nachdem hier nur zwei Personen dabei. Die spielen weiter. Und man darf keinen Fehler machen. Und irgendwann macht natürlich auch die dritte Person einen Fehler und kriegt diesen dritten Vulkan. Und eine Person bleibt übrig. Die zieht natürlich nicht mehr weiter, sondern nimmt sich die oberste Schatzkarte. Verdeckt zu sich, kann sie sich kurz anschauen. Oh, das sind ja viele Edelsteine. Das sind ja natürlich die Punkte und legt sie vor sich ab. Und dann spielt er eine weitere Runde. Das heißt, die Vulkane, die kommen automatisch wieder hier zurück. Und alle Karten, die jetzt je nachdem offen liegen, hier seht ihr ja, um jetzt noch mal ein paar aufzudecken, alle Karten, die jetzt hier offen liegen, die dreht ihr wieder um. Das heißt für mich, für euch, für die Mitspieler, merkt euch gut, wo was drunter liegt. Okay, da liegt das drunter, da liegt das drunter, da liegt das drunter, okay, das und das und das und das. So, und dann geht es in eine neue Runde. Das heißt, alle Karten liegen wieder parat. Ihr behaltet die Auslage. Und dann beginnt man wieder. Eine Person ist dran, deckt auf. Dann muss man überlegen, okay, nächste Person ist dran. Ja, typisch hier, hat sich mal wieder nichts gemerkt. Ich glaube, meine war es. Nein, auch wieder daneben. So, eine schnelle Runde für mich. Ihr merkt, ich bin richtig gut in diesem Spiel. Insbesondere, wenn das mit Kindern spielt. Also man muss hier sich einiges merken und macht natürlich die Reaktion. Ich bin meistens recht frühzeitig draußen, aber ich schaue mir das gerne an, weil das geht oft viele, viele Runden. Und oftmals liegen schon fast alle Karten aus. Und ich versuche mir natürlich für die nächste Runde wieder zu merken, weil so werden natürlich die Schatzkarten runtergespielt, bis keine mehr da sind. Und sind alle Schatzkarten vergeben an den jeweiligen Sieger oder Siegerin, dann deckt ihr eure Schatzkarten auf und dann zählt ihr die Rubinen. Und wer dann die meisten Rubinen hat, hat das Spiel gewonnen. So, und damit es natürlich ein bisschen anspruchvoller wird, genau das Richtige für mich, aber dennoch, ich mag das Spiel total, gibt es solche Übersichtskarten. Das heißt, ihr könnt noch eine Variante hinzu ergänzen. Und die Übersichtskarte, die legt jeder vor sich ab. Das heißt, habt ihr dann so ein Tier, dann führt ihr die Eigenschaft dieses Tieres aus. Ihr könnt zum Beispiel sagen bei dem X9, diese Karte wird als nächstes nicht gezogen. Oder, was für mich eine Katastrophe ist, wenn dann Karten noch getauscht werden durch das Tier. Das heißt, ich habe es mir jetzt eh schon einigermaßen gemerkt. Und dann werden auch noch Karten getauscht. Oder ihr könnt runterschauen. Oder ihr macht nochmal einen extra Zug. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die ihr habt. Das heißt, diese Übersichtskarten, beziehungsweise das ist eine Variante, die ihr ergänzen könnt. Und ihr merkt auch vom Material, natürlich jetzt vom Plastikideal als Reiseedition, aber das ist auch schon das ganze Spiel. Und damit bin ich beim kurzen Fazit zum Memoir. Das Spiel haben wir euch schon vor 5, 6 Jahren vorgestellt. Ein sehr beliebtes Reisespiel. Und jetzt gibt es hier noch eine kleinere Version in so einem Netz. Vorher war es zum Mitbringspiel durchaus ein super Preis. Müsst ihr einfach mal schauen. Aber jetzt gibt es das als kleine Reiseversion in so einem Netz, weil man das ideal auch am Strand spielen kann von den Karten. Das heißt, ich glaube, so Wasser abweisen, so Plastikkarten sind es. Also ideal natürlich für eine Reise, ideal natürlich auch so ein kleines Säckchen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe hier die Anleitung, die habe ich dann in so eine Zipptüte. Ich glaube, da war sogar so eine Zipptüte dabei. So habt ihr dann alles verschlossen. Da passiert dann auf jeden Fall nichts. Die Regeln, die Abläufe, die sind super schnell erklärt. Und es ist natürlich so ein klassisches Memo-Spiel. Aber wenn man die letzten Jahre betrachtet, ist bei Familien, aber auch Kindern durchaus das Memo-Prinzip weiterhin sehr beliebt. Das sieht man auch an gewissen Empfehlungslisten oder an Verkündungen, Nominierungsliste zum Kinderspiel des Jahres beispielsweise. Das Spiel hat es auch geschafft auf die Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres 2018. Und aus meiner Sicht ein nach wie vor sehr erfolgreiches, sehr beliebtes Spiel. Und es verliert auch nach Jahren nicht an Reiz. Das spielt man regelmäßig, aber gerade jetzt auf Reisen für unterwegs und jetzt natürlich mit so einer kleinen handlichen Version bietet sich das Spiel durchaus an. Vielleicht kennt es der eine oder andere noch gar nicht. Klar, das Video ist auch schon fünf, sechs Jahre her, wo ich das euch vorgestellt habe. Und sieht es zum ersten Mal. Also es ist auf jeden Fall ein tolles Spiel. Je nachdem als Version in diesem kleinen Säckchen oder als kompakte Version. Da könnt ihr auch ein bisschen euch am Preis orientieren. Ursprünglich war es, glaube ich, sogar am Anfang, ich habe es im Vorwort gesagt, ab acht Jahre ausgeschrieben. Und dann hat man ja gemerkt, so schwer ist es nicht. Die Kinder sind mittlerweile auch richtig flott. Also denen kann man durchaus was zutrauen. Und so hat man da auch das Alter ab sechs dann ein bisschen heruntergesetzt. Und damals, auch vor fünf, sechs Jahren, gab es eine Brettspiel-AG auf der Grundschule, wo ich dann auch vor Ort war und in einer AG Spiele dann erklärt habe. Und da war das auch eines der Top-Favoriten der Spiele, die über Wochen, Monate gespielt wurde, weil das einfach super ist. Und das führt erfahrene Kinder, spielaffine Kinder, aber auch nicht so affine Kinder an ein Spiel heran, wo sie super gemeinsam spielen können. Wo man auch mit Geschwistern spielen kann, unterschiedlichen Alters, wo man auch super spielen kann mit den Eltern, mit Oma und Opa. Also das ist wirklich quasi ein Spiel für jeden. Klar, ausgeschrieben offiziell ab sechs Jahren. Aber das kann man auch super spielen mit etwas älteren Kindern. Das macht einfach Laune. Hat ein einfaches Mimo-Prinzip, aber durchaus knifflig und schön gelöst hat man das Ganze in diesem Spiel. Autor möchte ich natürlich auch nochmal erwähnen. Das ist der Carlo Bartolini. Ein sehr erfolgreiches Spiel. Und vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen, wer es vielleicht noch im Regal hat, hat vielleicht die Lust jetzt wieder mal zu spielen, wieder mal auf den Tisch zu holen. Ich bin sehr gespannt. Ihr dürft es auch gerne als Kommentar ergänzen. Kennt ihr es überhaupt schon? Seid jetzt erst aufgrund des Videos auf das Spiel aufmerksam geworden. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen kleinen Austausch, wie immer. Ansonsten könnt ihr euch das Spiel bekommen. Denke ich mal, schon tue ich aus im Handel. Könnt ihr einen Handel unterstützen. Oder schaut gerne über die unten genannten Links. Ihr wisst ja, da unterstützt ihr uns automatisch und zahlt nicht mehr. Aber, wie immer, die Entscheidung trifft ihr für euch. Das zu allen Informationen. Zu Memoir. Ja, den Titel, den muss man nach wie vor sich merken. Aber mittlerweile ist das Spiel durchaus präsent. Auch wenn ihr online danach sucht, wenn ihr selbst mal ein R vergisst. Memoir gibt es Spiel vielleicht dazu. Und dann findet ihr es auf jeden Fall fast überall. Das zu allen Infos. Wieder mal einen schönen Tipp für euch. Hoffentlich als Reisespiel, als Mitbringenspiel, als kleines Geschenk. Bietet es sich auf jeden Fall an. Danke euch. Macht's gut. Und bis bald. Bis bald.